Was guckt die denn so? Was war das für ein Ton? Justizvollzugsbankstall Fickenheim. Der mir? Das einzige Gefängnis. Genau der. Welcher Ton ist das? Mit einem eigenen Kammerorchester. Weiß ich doch nie. Kenn den noch nicht so lange. Hat sie bei mir noch nie vorgestellt. Aus, zu mir! Bratwurst! Bratwurst! Zungelecke! Wo ist der Wahnsinn, mit dem ihr geimpft werden möchtet? Na, wo ist er? Ihr Knastlob! Ich will jetzt ne Bratwurst, aber zack, zack. Wegen Schokoladenwurz bin ich agerisch. Alle haben nur ein Ziel. Sie wollen im Knast bleiben.